So, zum Baum. Ich will gar nicht... boah der sieht schon so böse aus. Voll der schöne Park, hier möchte doch jeder gerne sein. Zum Anwesen. Oh. Hab ich doch grad gesehen. Landstraße 19 Kilometer, sieht sehr gut aus das Schild. Sehr glaubwürdig vor allen Dingen. War da oben nicht grad auch noch was? Ah. So, und hier finden wir nochmal Finde Objektfragmente. Ein weiteres Wimmelbild, ich freu mich sehr. Oh, eine Raupe. Finde Objektfragmente. Da hat was an der Farbe gewechselt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So. Ähm. Was auch immer das ist. Ich nehme erstmal diese Stäbe, die ich erkennen kann. Brauchen wir das? Ne, brauchen wir nicht. Einen Stab brauchen wir auch noch. Was ist das hier? Ich möchte die Nessel nicht mit bloßen Händen anfassen. Haben wir die Feder und... Ich kann gar nicht erkennen was das da ist. Ich glaube hier kriegen wir so eine Umzugswinde und hier voll Alien-Cop. So, das vom mittleren Ding. Da fehlt aber noch was. Ah, jetzt kommen wir da ran. Super. Okay, das haben wir. Das Ding da brauchen wir nicht oder kommen wir da nicht ran? So. Das haben wir fertig. Das Ding fehlt noch. Das Ding fehlt noch und wir haben es fertig. Eine Greifzange. Ach so. Ach so. Und ein schöner... Mal wieder. Es erscheint, dass diese Kripte mit den Tunneln unten verbunden ist. Das ist vielleicht der Weg durch die Tunneln, die Hamilton erwähnt hat. Wirklich. Ist ja unfassbar. Das hätte man hier nie zusammen kombinieren können. Na vielen Dank auch, dass ich es extra nochmal sagst. Damit wir Debilen das auch kapieren. Der Wolfszahn fehlt. Okay. Und der hat schon wieder hier so ein Bauchnabel. Das ist weit weg. Doch sobald ich die Simpsons gefunden habe, sollte ich auf diesem Weg entkommen können. Huch. Da werde ich meine Hände nicht einfach reinstecken. Dann noch die Greifzange... Dann noch einen Leuchtstab. Er sieht hungrig aus. Ja hier, frisst eine Greifzange. Wir müssen ihn also irgendwie füttern. Da geht es gar nicht weiter. Die Tür hier kriegen wir gar nicht auf. Da fehlt ein Zahn. Lederriemen und Greifzange. Mit dem Lederriemen gehen wir mal ganz kurz zum Auto. Nicht. Okay, Lederriemen vielleicht als Keilriemen oder sonst irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Momentan bringt es jedenfalls nichts. Hier hatten wir ja auch noch was und wir brauchen auch immer eine Sicherung. Greifzange. Greifzange. Alter, Greifzange. Greifzange durch den... Wieso geht das nicht? Mit dem Lederriemen kannst du ja wohl den Haken heben, na also. Das ist eine Drahtzange, aber ich komme nicht an sie heran. Sag ich doch, dass das geht. So, Sicherung. Die letzte Sicherung packen wir mal rein. Die neuen Sicherungen sind an ihrem Platz. Der Schaltkasten sollte funktionieren. Und wozu ist das jetzt gut? Das Kabel steckt in dem Mechanismus fest. Ich könnte es nutzen, aber ich muss zuerst den Rest abschneiden, der von der Klippe herabhängt. Natürlich. Aha. Und jetzt kriegen wir das Kabel, oder wat? Ich könnte doch das Kabel festbinden und es als Haken nutzen. Okay. So, das Kabel ist festgebunden. Die Stange nach unten ziehen. Die macht hier alles. Ich glaube, die nimmt den ganzen Park auseinander. So, das Kabel haben wir jetzt endlich mal. Ich dachte schon, die reißt die ganze Bude da ein. Und das binde ich der Alten an den Arsch. Nicht. Um den Hals geht auch nicht. Ja, das ist toll. Glaube ich. Dahinten ist übrigens noch ein Brunnen. Sehe ich gerade. Ah, und dann schmeißen wir das Ding... Ne, das schmeißen wir lieber nicht runter. So. Jetzt kommen wir da wieder rein. Hm, Cracker. Endlich. Dafür ist der ganze Aufwand gelohnt. Ich weiß aber schon, wer die kriegt. Hier eine Mittelkonsole. Er steckt fest. So kann ich ihn nicht öffnen. Seufts. Da haben wir einen Wolfszahn, wie es aussieht. Kann ich das mit dem Holzzahn öffnen? Nein. Hm. Ich glaube, da müssen wir später nochmal wiederkommen. Jetzt gehe ich mit dem Holzzahn erstmal ganz kurz zum Wolf. Füge ihn dort hinein. Das Auge leuchtet. Und er reißt sich die Brust auf. Wie das normal bei Wölfen ja der Fall ist. Wenn man denen einen Zahn gibt, dann reißen die sich den Brustkasten auf. Und man kann was herausnehmen. Wie das normal bei Wölfen ja der Fall ist. Dreh die oberen Plattformen, um auf allen unteren Podesten perfekt überschneidende Symbole zu bilden. Wat? Also so zum Beispiel. Ähm. Okay. So. Haben wir's. Und wir kriegen eine weitere Münze. Ein weiteres Münzchen. Und der junge Mann kriegt von uns einen leckeren Cracker. Wir kriegen eine Kerze. Wir kriegen das Ding. Und Leuchtstab lassen wir natürlich im Baum. Eine Reliefenmarke. Zwei von drei Metallringen. Wozu auch immer die gut sind. Ich hab keine Ahnung. So. Da gehen wir auf jeden Fall nicht weiter. Und wir gehen nochmal zum Baum. Da war man nämlich noch gar nicht. Hier war doch grad noch was, oder? Da oben. Hier ist ein Schmetterling. Und hier oben kommt gleich wieder... Da ist noch ein Schmetterling. So. Jetzt reicht's hier aber grad mit dem Rumklicken. 29 von 30 Illusionsobjekte haben wir schon. Nicht schlecht. Jetzt bin ich scharf drauf hier noch das letzte Illusionsobjekt zu finden. Aber... Aha. Da sind Symbole glaube ich. Huch. Ich glaube das sind Symbole, ne? Ich weiß jedoch nicht in welcher Reihenfolge die zu lesen sind. Ich weiß nicht ob sie noch... Ob sie... Ob sie sie... Ob sie sie... Ich kann gar nicht mehr reden. 4 Stunden Aufnahme ohne was zu trinken. Ähm... Ich weiß gar nicht ob sie sich die aufschreibt. Die Karte zeigt eine spezifische Felsformation an, die vom Aussichtspunkt zu sehen ist. Ja, alles. Würde ich sagen. Aber ich will mir die ganzen Symbole jetzt nicht aufmalen. Da kommt ne Kerze rein. Spuren von Wachs. Dort sollte eine Kerze sein. Uuuuh. Oh. Eine brennende Kerze könnte nützlich sein. Wie schön jetzt mal der Sonne beleuchtet wird. Ist sie traumhaft. Und wer ist das hier überhaupt? Diese Skulptur scheint verdrehter zu sein als die beim Parkeingang. Liegt das daran, dass sie näher an der Quelle des Verderbens ist? Ich glaube, das könnte tatsächlich sein. Möglicherweise halluziniere ich aber die Baumrinde ist wie ein schreiendes Gesicht aus. Wahrscheinlich ist das nichts anderes. Messerklinge. Eine herzförmige Aussparung. In der Baumrinde sind Runen eingeritzt. Blhhhhhhhhh. Blhhhhhh. Blhhhhhh. Achso, da bin ich ja wieder. Hmm. Ich schubst nicht Oma. Ok. Messerklinge. Komm mal mit da rein. Jo! Was'n das? Sprühdose, ne tolle Wurst, was machen wir damit? Also sprühen ist mir schon klar, aber warum und wieso und was? So, hier haben wir doch diese komischen Dinger, da kommen die Metallringe rein, verstehe. Ich geh' noch mal kurz zur Beweisführung, was Neues haben wir grad eh nicht, deswegen gehen wir mal ganz kurz an seine Tür und fügen mal die neue Reliefmarke ein. Tschüss! Und es gibt zwölf von denen? Wir haben hier grad nur einen am Augenblick. Wir sind grad nur einen am Ausschalten. Es gibt aber zwölf insgesamt von denen. Interessant! Du sagst, die Reapers hatten zu fliehen. So, es war Raphael, die sie? Die Reapers haben sie verletzt. Die Reapers verletzten viel von der Kraft, wenn der Master war verletzt. Though still immortal, sie würden leichter werden von Ordinary Menschen verletzten. Raphael's role war thus fulfilled wenn Asmoudai geblieben wurde. Sein weiteres Verletz ist nicht klar. Hätte er auf der Erde stehen, hätte es sein eigener Initiative gewesen, nicht die Lorde. Er hätte auch die Form eines Menschen gemacht, so dass er nicht eine Überraschung haben würde. Hm. Mysteriös. Okay. Ich erreiche den Durchgang noch nicht. Uns fehlt noch ein Medaillon. Ein Schweinemedaillon. Ähm. Fragi ist nur, wo wir das kriegen, natürlich. Wie immer. Auto ist abgefrühstückt. Die Oma offenbar noch nicht. Die blinkt immer noch ein bisschen. Die sprühen wir mal an. Nicht. Großgröße am größten. Der Küstenmammutbaum. Sequoia Sempervirens ist der höchste Baum der Erde und steht im riesigen Sequoia. Sequoia hat ein Drohn Giganteum im Holzvolumen nichts nach. Lindsey Creek, Crennel Creek Riese, General Sherman und der Dreizack-Titan. Wir befinden uns hier beim Dreizack-Titan. Und der Dreizack-Titan ist ja auch so ein bisschen beim Satan hier. Aber naja. Ob da über jemand steckt, ich weiß es gar nicht. Der Dreizack-Titan im Vergleich zu anderen riesigen Bäumen. Mhm. Ja, wieder was gelernt. Ach, und hier sind auch diese komischen Statuen. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine kaputte Brille? Ah. Ich verstehe. Entzünden wir mal die Kerze. Achso. Ich dachte, die verrät uns jetzt hier irgendwas spannendes. Hier, wie gesagt, hier können wir irgendwelche Symbole... Symbole können wir hier äh... Aber ich will mir die nicht alle aufschreiben. Vor allem nicht in der Reihenfolge. Das wäre zu viel des Guten. Hm. Vielleicht müssen wir die später nochmal abrudern. Ach du Heilige. Der Baum stirbt ab und die Umliegen sind bereits tot. Warum? Vielleicht weil der Blut dringend. Ich weiß es nicht. Wo kriege ich jetzt die letzte Marke her? Wo kriege ich jetzt die letzte Marke her? Ich muss dich informieren. Du. Mammutbaumharz ist in der Regel rötlich, doch dieser Farbton ist viel tiefer. Das sieht aus wie Blut. Gut. Hm. Baum anzünden ist keine Option. Komisch. Brauchten wir irgendwo Licht um zu sehen? Hier unten. Also da unten. Hm. Hier sprühe ich weg. Ich bin momentan ein bisschen ratlos. Ich weiß momentan nicht so genau, was ich machen soll. Um das Tor zu öffnen, müssen wir das Anwesen. Um das Anwesen zu gelangen, müssen wir die Brücke erstmal hinkriegen. Um die Brücke hinzukriegen, dann müssen wir das dritte, den dritten der Metallringe finden. Und dafür brauchen wir irgendwie die Sprühdose und die brennende Kerze. Aber ich weiß momentan überhaupt nicht wofür. So viele, wie schrecklich. Ja, die sind alle leer gelutscht glaube ich. Hier vom Baum, von den Wurzeln. Schön, dass wir hier wenigstens rumlaufen können und nicht ausgelutscht werden. Das finde ich ganz gut. Andernfalls wäre es vielleicht ein bisschen hinderlich. So, ich klicke hier in der Gegend rum. Ich weiß momentan überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Zum Baum. Tja, ich äh... Hä? Die Symbole bringen uns momentan noch nichts. Die werden wir später erst brauchen. Jetzt momentan... Oder... ... 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